Setzen Sie ein. Perfekt. Ich habe es angesehen. Er hat es vergessen. Hast Du Dich vorgestellt? Sie hat es übersetzt. Ist sie angekommen? Sie hat sich entschlossen. Hat er das Fenster aufgemacht? Hat er es verkauft? Hat er damit aufgehört? Hat sie begonnen? Sie haben sich verändert. Wer kann das beweisen? Achtung, hier ist es ein anderer Fall. Das ist ein Modalverb plus Infinitiv. Hast Du es umgedreht? Wer hat ihn eingeladen? Es hat sich überschlagen. Er hat schon abgeräumt. Hast Du ausgeschlafen? Sie hat es verarbeitet. Ich habe es angenommen. Hast Du sie kennengelernt? Wo ist sie hergekommen? Sie hat es ausgetrunken. Wann bist Du aufgestanden? Wann bist Du aufgestanden? Hast Du das angezogen? Sie hat sie angesprochen. Wann ist er ausgezogen? Wann ist er ausgezogen? Ich hoffe, das Video hat Euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Wann ist er. Wann ist er? 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 Untertitelung des ZDF, 2020